Hallo, 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 Dardo hier von der Social Dancing Academy. In diesem Video möchte ich dich hinter die Tür der Academy entführen und dir mal zeigen, aus welchen Academies sie besteht und was es jetzt tatsächlich diese Zahl von 1600 und plus Lektionen bedeutet, sprich wie diese Lektionen verpackt sind und was es vor allem für dich und dein Tanzen tun kann. Am besten tauchen wir gleich in meinen Computer ein und schauen uns jetzt einmal die Academy aus der Sicht von einem Academy Member an. Los geht's! Jetzt befinden wir uns in der Academy in der Member Ansicht. Wie man sieht hier oben, ist die Übersicht aller Kurse bzw. alle Tanzstile. Das ist jetzt die schnelle Übersicht von allen Tanzstilen, die man in der Academy jetzt sieht. Wie du siehst, Boreum, Salsa und Co. Und hier zum Beispiel allgemeine Grundlagen und Trainings, das sind die übergreifenden Kurse. Wenn man da jetzt hineinkommt, da sieht man zum Beispiel, das sind allgemeine Grundlagen und Prinzipien für alle Tanzrichtungen, das sind die Fitnessdrills von Dancers. By the way, der mit Abstand beliebteste Kurs, weil es so kleine Mikrodrills für Tänzer sind. Dann Spin Guide für alle Tanzstile. Auch sehr beliebt Musikplaylisten aus allen Tanzrichtungen. Das Tanz-Level-Guide, das ist ein PDF, wo du eigentlich sehr, sehr genaue Aufzeichnungen bekommst. Beginner, Improver, Intermediate, Advanced, alle Fähigkeiten, die du dafür eigentlich entwickeln solltest, um von einem Level auf den nächsten zu gehen. Und da ist jetzt ein PDF, der dir das ziemlich genau beschreibt. Und das kann man dann auch einmal studieren. Werfen wir mal einen Blick in den langsamer Walzer-Kurs zum Beispiel. Hier sieht man etwas, was vielleicht nicht so üblich ist, aber Aufteilung auf klassisch und smooth. Das sind Sachen wie Outside-Turns, unübliche Sachen, die man hier sieht. Jetzt schauen wir uns gleich bei der Demo am Anfang uns das an, was das bedeutet. Aha, das heißt, das sind die offenen Drehungen. Nicht ganz klassische Natur, aber sehr, sehr attraktiv. Das ist die offenen Drehungen.